Hallo Leute, es ist jetzt 8.27 Uhr und wir müssen jetzt auch bald gehen, weil wir haben um 9 Uhr Mopedprüfung und ich erzähle auch danach, wie es gelaufen ist, erzähle ich euch und ob ich es bestanden habe oder nicht. Und ja, ich bin auch schon fix fertig und geschminkt und ihr wisst jetzt gleich noch mal an. Aber ja, es ist frisch gewesen, aber ich muss jetzt gehen. Es ist sehr kurz, aber egal. Ich hoffe, Hatzwello feines kurzer, der Einglick sozusagen und wenn ihr Daumen nach oben und da oben abonnieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bye!